Untertitelung. BR 2018 Hallo und herzlich willkommen zu meinem Children Whip Only. Nur Peitsche. Und das poste ich mal. Yep. Wup wup. Untertitelung. BR 2018 So. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Challenge Run für Nur Peitsche. Und wir starten das hier mal. Und wir nennen unsere Charakter natürlich nur Peitsche. Und Peitsche schaut, ist so unmännlich. Und ich glaube, es gibt keine Klasse, die nur eine Peitsche hat. Aber wir wollen uns jemanden holen, der Dex ganz gut ist. Und ich glaube, dass sie am besten mit dem Assassin. Ja, weil der hat 14. Nicht schlecht. Und wir nehmen einfach mal Fire Gem. Und na, wie sieht jemand aus, der Nilpatsch hat, very slim. Und wie schaut er denn aus? Face Details. Let's go crazy. Gut. Mir sorgi. Sehr weiblich. Okay. Das lassen wir mal so. Ja, es ist jetzt schon. Hopp. Wie machen wir alles nach rechts? Das ist, glaube ich, das Beste. Das Beste. I hit you already. Du bist krank. Du bist krank, Robin. Und vor allem mit dem ganz dünnen Körper. Bestimmt supergut. Wow, die Augenbrauen. You gotta kill me. Very large. Senpai. Okay, nein. Das wollen wir in der Mitte haben. Yes. Give me nightmares. Give me halbträume. Halbträume will ich haben. Large. White. Large. Goddammit. Cheeks. Ah, ich will, dass die Augen nicht kleiner werden, dadurch. Weiter unten. Halt, wenn ich das runter. Ich will. Ja. Wir machen ein bisschen gruseliger. Large. Fuck. Let's do it. Mouth. ja maus land wir machen den mund weiter runter wenn schon denn schon also passiert nichts mehr oh long come ye front long large deep large oh this guy white bitte head off hört auf hört auf tut mich ähm wir machen seine Haare auch mal weiß wir fast zu innen aus ja sein Gesicht schaut dann größer aus sehr schön mehr eyelashes schwarz pupils right pupil alles alles dark alles dark dark okay es beginnt ein bisschen krank red red blue oh god god damn it you son of a bitch kill me und natürlich hat er ein tattoo was schaut denn verstörend aus color schwarz ähm large rot rot das passt schon von der position her ein bisschen runter ähm ähm ja okay dann skin color orange 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 yellow yellow red rosy red 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 dark oh god okay 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 das wenn ich das blau mache das hat so richtig normal aus okay ein bisschen mehr abgefahrene farbe bitte ähm base skin color das sieht doch aus kann ich das ist das was ich möchte oh fuck save as favorites mhm okay willkommen zu meiner ersten richtigen challenge aber was heißt challenge und was heißt richtig maybe in a dream also wir müssen uns erst die peitsche besorgen deswegen heißt es erstmal mir richtiges zeug richtiges zeug kaufen äh die erste peitsche kriege ich in der zweiten in der zweiten eben die zweite kriege ich gleich kann ich da hinlaufen ne da muss ich den crystal sage besiegen okay let's go wir brauchen erstmal seelen wir dürfen ja leveln wie wir wollen über stamina plus comeback aber super gutes super gutes starting class für alle die eine op pvp waffe wollen erst tag for the win aber sie lässt sich medium leicht parieren also es geht es ist nicht unmöglich ich dich hier den der hinten töten wir glaube ich nicht obwohl er viele seelen gibt denn wir haben kein gescheites schild wir sterben relativ schnell ok aber es ist da braucht die bosse gar nicht so schwer schätze ich mal die ersten wenigstens upgrades material seitdem wir uns ein bisschen sparen aber auch alles holen ich bin ein bisschen vorsichtiger als irgendwelche super challenge von streamer ding ins kirchen denn ich bin noch gar nicht so wer sieht dabei diese runs zu machen mhm i'm beautiful it's true and i saw my face in a crowded place hoppala 200 jesus christ meint es eigentlich ein multiplikator ne 110 let's go let's go bam 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 ich schaue wunderschön aus bloß nicht die ausdauer aufbrochen und dann immerhin das ist der erste boss da kann man auch ein bisschen oh ja ok wow das zieht ja fast gar nichts ab jesus christ und von champion total traumatisiert ok ich sollte nicht danach schlagen sondern ok das war auch nichts ein bisschen weiter hinter damit er so schwingt jetzt hatte ich vielleicht trinken ich ziehe ja gar nichts ab und ausweichen nicht vergessen ich habe gesagt du bist gestärkert jesus was kann auch nur für uns aber aus wenn du bist dort also man startet an embert verstehe der schadet so gut ganz normal aus und dann schaut man in sein Gesicht das sind alle pg hießen und ich glaube nicht dass ich wirklich ein schild brauche erstmal deswegen hole ich mir da hinten nicht wobei ich es verkaufen könnte aber ich mache es nicht also auf jeden fall ist es eine dex waffe deswegen wird nur erstmal dex gelevelt Prozent jetzt in der Appliere ein bisschen davon habe ich dann übrig 12 ein bisschen mehr Energie kann ich schon gut gebrauchen so sieht es nicht aus so ist es ja und nachdem ich dann hier ein bisschen schneller durchkommen möchte ein bisschen mehr ein bisschen mehr ein bisschen mehr natürlich sehe ich wegen meinem eigenen bild nicht wie viele sie nicht dann immer übrig habe aber wir machen uns los zu haben auch läuft wenn du der weg im das sollte alles gar kein Problem sein gar kein Problem BAM 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 so wie ihr das mal viel Casualer an als sonst also ich brauche erst mal upgrade materialien das bedeutet wir holen uns erst mal ein paar teile als schatz was wohl auf dem weg finden wir schon genug passieren gegenstände bogen brauche ich nicht nicht so viele wie wir wollen die ganze familie Nein, okay. Ich bin leider daneben. Firebombs, immer nicht verkehrt. Hoppa. Ich hätte vielleicht mal eine... ...dingstens allein sein. Hoppa. So, ich kann nicht mehr wollen. Ob das schlecht ausdauern scheint. Oh, du schießt auf. Don't stand up. Wahrscheinlich verfolgen sie mich trotzdem. Jesus Christ. Versteck mich. Ich verstecke mich hier hinten. Bis wir unsere erste Patsche haben. Dauert es ein bisschen, aber ich versuche dahin zu speedrunnen. Und wir brauchen ja auch nicht zu leveln. Ach so, da kann ich kicken. Okay. Kann ich kicken. Hallo. Gib mir was gerade ist. Okay, nein. Und dann wird wahrscheinlich irgendein Dieb hier unten sein noch. Das war sogar noch. Uiuiui. Loot? Nein. Also ich habe zwei. Also ich kann einmal leveln schon mal. brauche ich noch vier. Man findet genau sechs hier in der ersten Gegend, was ziemlich praktisch ist. Roar brauche ich nicht. Wenn Roar Pie Jam am Anfang vielleicht gar nicht mehr so schlecht ist. Ach, ich sollte dich töten nennen. Ich mache dir noch eins. Hup. Oh je. Die kann ich nicht korrieren. Und? Brenn. Okay, tot. Nö, das war nicht so gut. Ich habe gedacht, du stäckerst gleich wieder. Aber nichts mit Sergerino. Oh Gott, hat der Charakter wenig Energie. Wie merkst du mich dann überhaupt, wenn ich hier bin? Nein. Okay, ich brauche deine Sachen nicht. Und wie er da steht. Jetzt bin ich gar nicht mehr so wütend wie vorher. Einmalig. Einmalig. Das ist kein Titanitechart, sondern... Gott, der nicht. Allowing Skies, glaube ich. Nee, Ander ist. Ander Charm. No Lock on Hype. Und ich brauche nur... Cheater. Wow, das tut weh, das tut weh. Weiterrollen. Ich muss da gar nicht lang. Ich halte mal lieber. Das kann ich verkaufen. A straight sword kann ich verkaufen. Nein, das bräuchte ich. Hopp, erstes. Das ist wichtig. Huiuiui. Oh je. Let's go. Amber. Don't follow me, please. Oh, wer ist das? Axt dude. Kümmert ihr euch um den Axt dude, bitte? Oh nein, er ist direkt hinter mir. Wiederschauen. Ich glaube, ich brauche mal erstes. Ich gehe mal auf Nummer sicher, nachdem mein Damage nicht so ist, wie ich es gewöhnt bin. Please, 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 leave me be. You're doggy dog dogs, but I hate you so much. Auf zum Feiling Shrine. Why teleport? Chapeau. Also erst mal zuweisen und dann auf zum ersten Boss. Boschle. Das erste, was ich mache, ist echt nicht schaden, weil das wird schwierig. Einmal leveln kann ich auch. Ich brauche hier gar keine Seelen. Yes. Yes. 5. 5 sind gut. Oh, we're careful. Und we leveln auch noch auf. Nochmal? Tausend irgendwas brauche ich. Doch bestimmt irgendwie. Yes, 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 sure. You're very smart. Smart, smart girl. Das reicht. Level up. Oh, heute Masherino. Masherino. Ich brauche keine Ausdauer. Und wahrscheinlich wird es ein Nackt Run. Ein Nackt Mool Run. Also, das ist noch so. Ay, Schuss. Musik. Ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das. die 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 Letzko nur bei den mit Schrauben als sie nur bei den Augen und die sind und das ist das brauchen und das kann sie in den schnappstabend on the way schade nie wort Way to the Peitsche. Nope. Okay, das war gemein. Das war mir jetzt gemein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Uiuiui, das sieht immer so furchtbar knapp aus. Das ist nicht so viel Damage, wie ich es gewohnt bin. Crossbitten, okay. Und Drip. Laa. Ich baue noch hier... Dingenskirchen. Wie heißt das? Den Banner. The Bun... Bunja. Ich habe das. Ich habe zwei, drei habe ich jetzt. Und da finde ich relativ viele, glaube ich. Please don't follow me. I don't want to fight you. Da, da, da. Danke. Und die Knotz... Jo. Mehr will ich gar nicht von dir. Und die Spotted Wood kriege ich dann... Im... Cathedral of the Deep. In der Cathedral of the Deep. Das wird anstrengend, hey. Mal schauen, ob ich die infusen kann, überhaupt. Weil ich glaube, die erste Peitsche mache ich Raw. Und dann schauen wir mal, wie es lang geht. Weil ich wahrscheinlich ist das mit der Harlocker am besten. Habe ich dich angemacht? Ja. Oh. Ich sollte es mal triggern, bevor ich runterfalle. Ich wollte es toll holen. So, I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. Let's go. Jetzt kommen die Hunde. Ich hasse die Hunde. Aber die sind allergisch gegen Feuer. Ein bisschen stoppen. Hallo? Wirklich? Oh, die Geräusche bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Ich muss mal schauen, wie meine Einstellungen sind. Die sind wie immer. Gut, dann ist der Kopfhörer nur gut. So. Yes, come with me. Come with me. Come with Ben. Gut, davon habe ich noch keine eingesammelt, nämlich. Ich habe noch nicht mehr die hier. Ich frage mich, was für eine Art Schaden die Peitsche macht. Das ist ja nicht bland und es ist, also, es ist auch nicht Slash oder sonst irgendwas. Das ist eine ganz eigene Art der Attacke. Oh, ich bin noch online. Ja, ich bin noch online. Das ist nicht gut. Das muss ich checken. Play Auflagen steht da. Komisch. Ich habe schon sowas Tolles. Keine Sorge. Chunk. Das brauche ich nicht, ich hoffe, aber es nehme ich mir trotzdem. Du bist immer hier. Das ist gut so. Paar Repair Powder habe ich noch nie gebraucht, ehrlich gesagt. Da hinten sind zwei. Charcoal Resin brauche ich jetzt natürlich nicht. Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich sollte was trinken. Shit. Drinks da. Nein. Kann ich alles verkaufen. Kann ich alles verkaufen. So, hier ist ihr Run Fat Boy Run angesagt. Das ist runtergefallen. Don't mind me. Obwohl, ich habe hier genug Internet. Oh, fuck. Don't notice me, Senpai. Wir machen trotzdem mal, nachdem wir ein paar Firebomben haben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Really? Ich kenne ja nicht mal das hier. Gut. Jetzt habe ich keine mehr, aber naja. der eine Typo ist Caputo. Das sollte reichen. Habt ihr mich gehört? Hört ihr mich? Ich muss aufpassen. Alles ist Springfässer. Und dass der hinten ist ein Amber. Oh oh. Gernbeazie. Oh, close. The Glow. Run away. Huh. es geht wer ist denn da gestorben und das ist ein Grund irgendwas war es jetzt Kurs was das ist unfair gewesen da ist irgendwas was mich staggert und das wollte ich nicht unbedingt trinken war jetzt nicht das was ich priorisiert habe okay wir gehen weiter und ihr ignoranzen Penner ich habe den Kampf meines Lebens ich krieg nur Handschuhe von euch glaub's only das sind auch nicht aufmerksam nein noch immer nicht okay die 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 ich schaue ich so gut aus das dritte paar Globes ich trinke jetzt schon wieder es ist furchtbar ich kann ja mal ich kann ja hinter dem schild was mir natürlich fast was bringt ich habe erstes Suppe mein nächstes Meal Charcoal Pine Resin Fading Soul Soup I need this I want this nein das ist nicht die Suppe das ist die Suppe let's get some soup oh man die Türe ändert sich immer die Richtung ok da ist nichts warum ist die Kiste anders it's a trap ok nein please ok von euch brauche nichts wir zappel Philips Philipsen ich brauche erstmal die Peitsche weil ich mich um andere Dinge kümmere ich habe nochmal geschlagen davon weiß ich nichts fuck 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 ok ok natürlich nehme ich erst den Worker Head weiter work only ok dann werde ich mich mal verkrümmeln verkrümmeln jesus christ ich glaube das ist Titanite Chart nein ähm ähm da kann ich hoch do I risk it do I risk it einmal Biscuit los ja ich bin im Gebäude das ist schon mal gut jesus christ it's awesomly aufregend ok ok ich kann nicht oh goddammit ok das habe ich ich kann nicht glaube ich anmachen oder bitte 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 irgendwie auch setzen weil wenn ich mich setzen kann ist alles gut puh puh das ist anstrengend das ist mehr als anstrengend ok dann ist da der Boss Estris Chart habe ich geholt und let's go ok was hast du für Stats c Dex 14 habe ich gerade mal so die Dingskirchen 90 plus 9 infuse whip raw reinforce ich brauche noch eins das ist gut finde ich wir sind bereit whip only wup wup ich verkauf noch andere Sachen anderes Zeug schaub könnte ich gebrauchen weil Dex das kann ich weg dich 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 kann ich weg so das benutze ich eh nie ähm repair müssen wir mal schauen sonst brauche ich glaube ich alles ich brauche alles ich brauche alles ich brauche alles ich brauche alles und da bist du ja babe i'm back again danke okay okay jetzt wird das wird gruselig ha oh ist das langsam das brauche ich mehr als dringend kann ich es entchanten ja gut auch eine damage quelle seien rober das wird eh nur ein kurzer stream jetzt harplaying die peitsche schaue ich mal was sich damit machen lässt ich bin noch immer online anscheinend blatt everywhere wir laufen jetzt einfach mal da rein ich weiß dass zurück mit dir zurück zurück nein der ist nicht auf meiner seite okay ich verstehe das könnte auch problematisch werden das würde ich noch haben da möchte ich hier vorbei das ist ein bisschen mehr als bei mir ich glaube ich bleibe im haus kein klansch kein klansch kein klansch das war mir schmerzhaft das war mir schmerzhaft warum tötet ihr nicht den anderen ich bin ich bin ich bin weder am baum ich bin aus dem gefahren gebiet raus das war eine schwere geburt das war eine schwere geburt hallo ich will das zeug doch nur das geht auch hier jetzt geht auch hier hier ist eher auf mich ein kreuz auf den anderen verstehe ich abflugte computer ich bin schon längst aus der gefahren zu nur raus ich höre noch immer feiler wie krass ich reise auf der eines andere läuft weil ich gehe den anderen weg ich kann die tür hier nur von anderen seite öffnen ich brauche noch tat in art hat 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 um anlössettel das wort in es kraft Cringeworthy. So, wir haben es aber auch eh gleich. Das schaut zwar cooler aus, aber es ist irgendwie nicht so effektiv wie ich gehofft hatte. Okay. Okay. Hey, you save me. No, 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 eventually. Take this with me. Oh, fuck. What the fuck. Invincibility. Follow me. Okay. Es gibt keine. Planting attack. Go away. Fuck. What the fuck. Okay. Okay, ich hab's jetzt Level. Oh, du bist tot? Nice. Okay. Erstmal safe. Auf einer gewissen Art und Weise, auf eine gewisse perverse Art und Weise bin ich safe. Ich glaub das ist der Pike. Dann sind da diese Asi-Typen. Oh. Die ist so langsam, aber die Reichweite ist schon nicht schlecht. Kann ich nichts sagen. Ich nehm dich einfach mal mit. Vielleicht gibt's ne coole Pyramansor. Kann ich verkaufen. I can sell everything. I get a very good beer. Warum stärkerst du nicht? Ne Peitsche. Da bist du ja. Oh Gott. Das zieht ja gar nichts. Ab. I love a travel. I love a travel. Da hinten ist, glaub ich, nichts Gescheites. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da sterbe, ist relativ hoch. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Ich glaub du kommst von oben. So. Mehr heilen. Ja. Und nein, die Hunde. Okay. Ratten. Wunderschön. Äh. fach 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 das ist so schwer das hat alles mal verbraucht das war ein großer von mir an den schlüssel nicht mehr den schlüssel hat nach zugang zu vielen teilten reit schattel uns dieses packen kreis das ist so schwer ich weiß nicht ob die bosse so schwer werden aber die das was jetzt ist es schon sehr sehr schwer um genau aber ich mach das noch nicht auf und dann wird weiter gelernt und wo es muss mit die Das ist wirklich gut. Gut, leider. Nein. 21 so im jahr so das war es soweit der mich ist es bei 100 838 ich check mal kurz was ab nachdem ich ein schabte immer habe ich kann es doch nicht ich brauche erstmal eine schöne kohl schatten kohl wo kriegt die her das würde ich holen so das war es soweit und ich wünsche einen schönen Abend